So und gleich im Anschluss live und direkt nochmal ein Part RGN Ähm, immer noch als Bestatter, logisch, als was sonst, ich hab ja nichts anderes Ich glaub, na fick dich, Entschuldigung, ich war mit dem Handy, ich darf das, ich bin Let's Player, ich bin super berühmt Interessiert mich noch nicht Ne, ähm, ich glaube, morgen, also morgen im Sinne von nicht nächster Part, sondern im Sinne von morgen, den 26.9. Werde ich dann mal, oh, Emin Bond ist gestorben, werde ich dann mal meinen Satz beenden und außerdem den Job mal wechseln zu Twacker Und ja, dann muss ich dann 5 Stunden in dem Vertrag bleiben und mal gucken, was dann so abgeht Weil ich denk mal spätestens, äh, nachts, oder besser gesagt abends, na eher nachts und morgens, bis, bis die alle da schulfrei haben Ist ja auch relativ wenig los hier auf dem Server und, äh, also in Sachen von Sterben Ähm, deswegen, dann kann ich dann halt als Twacker auch so meine Sachen machen So, mal sehen, wer hier SDM geil ist Weil, wie ihr seht, hab ich jemanden umgefahren? Nein, hab ich nicht Also meine, ja, 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 gut, das ist, hat er mich jetzt auch nicht so Ja, schieß mal ruhig auf das Auto Ich bin auch ganz sozial und fahre im Rückwärtsgang Gut, da fahr ich jetzt natürlich auch gerne gegen Ich bleib auch sogar ein Stückchen stehen, wisst ihr? Hui, und schon bin ich weg Mensch, ohne dass jemand auf mich geschossen hat, ist ja langweilig Ach, da beginnt gleich der Part mit etwas super spannenden wie SDM Aber, ne, Leder nicht, Leder nicht studiert, ja, ne Autsch, muss ich vielleicht mal im Server ein bisschen rumgucken Ob es ja auch so eine Paintball-Arena gibt, wo man es gewinnen kann Dann kann ich ja die ganzen Luschen mal fertig machen Oder ich fang natürlich wieder auf dem anderen Server an Wobei das dann, glaub ich, auch eher als Let's Play Weil mein alter Akkorn ist mittlerweile nicht mehr da, weil halt zu inaktiv, aber Ich hatte halt kein Bock auf Samp Tut mir leid Ne, da mach ich das auch noch als Let's Play, das ist ja voll spannend dann so Da mach ich nur noch San Andreas Multiplayer Let's Play, freut euch Nein, das war ein Witz Ach, ich weiß noch damals, als ich noch, äh, mehr oder weniger aktiv noch mit YouTube-Kacke, äh, mich beschäftigt hab, sag ich jetzt mal Ähm, da hab ich auch noch gesagt, äh, auf dem YouTube-Kacke-Kanal Dadurch, dass ich jetzt gleich anfange, wäre die YouTube-Kacke-Produktion nicht beeinträchtigt Nein, achi, wo? Wann ist das letzte Video hochgegangen? Vor sechs Monaten? Überhaupt nicht beeinträchtigt, ach Quatsch Ist doch ein Date Ne, überhaupt nicht beeinträchtigt Mach ich immer noch regelmäßig her, sieht man doch Wobei mich manchmal schonen, während, ähm, die Videos dann rendern, meistens nachts Und jetzt so bettelig, Mann, war die Werbung heute wieder nervig Und dann, hm, daraus könnte man doch bestimmt was machen, aber, ne Fitt hier erstmal Manchmal, die findest du gar nicht, die müsstest du dann schon mit, mit der Kamera abfilmen Und die Qualität, die will ich nicht mal zumachen, ne, ne Egal, äh, wir fahren jetzt mal wieder zu meiner Lieblingstankstelle Weil da kann man beides tanken und fressen gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander Und tanken müssten wir auf jeden Fall, weil 31% da kommen wir, glaub ich, nicht mehr so weit Und ja, essen wir auch wieder von Vorteil, dann braucht man das nicht mehr machen Hallo, verlassenes Auto Das freut mich, dass mein Benzin-Kanister schon voll ist, aber leider mein anderer Kanister nicht Für den Notfall habe ich mal 20 Lieders dabei Aber naja, so, mal ein Saufen Sauf, 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 und nochmal, sauf, sauf, sauf Gut Dann einmal wieder rein und 3 und 2 und weiter geht's So, vielen Dank an alle Themen, also Ist ein Event vorbei? Ach, jetzt habe ich es verpasst, wie schade Ach ja, da war ja so ein WAN Event So ein WAN Event WAN Event Hey, das ist ein WAN Event, ein WAN Event Harald Nutz ist in Pershing Square gestorben Harald Nutz habe ich angenommen Scheiße, hätte ich mal Bart von Basten angenommen, weil der hat Oh, der ist hinter mir gestorben Weil der hat Was, das LVPD benötigt jetzt erst keine Produkte mehr? Scheiße, hätte ich mal doch den Nebenshop angenommen, weil Oh, ich bin Lolo Wird sich doch toll an Naja, nächstes Mal Ja, schon zu spät, die Leiche ist weg Höhöhöhöhöh Antoni Morales hört seine Goldene Karte Äh, Temoralis, Privatbank Rossi, ja, ich glaube auch Wieso kann er das von... Das ist SDV OMS, Achtung Officer Du, das nehme ich dir übel Komm, du mal nah an, wenn ich weiß, ob ich... Ja, da, holst du aus dem Maul Dann schmeiß ich dir ein Korruptionsverfahren in die Fresse Shop, das alles auf Video, ne? Ach, Spaß Interessiert mich alles gar nicht Und da ist da ein Taxifahrer, ich glaube so die Cable Car, weil das ist ja so ein Cable Car Die sind so grau Und die normalen sind gelb Was? Ach so, das ist Alice, wie die benötigt, protzt, ja, das ist ja... Als allerliebst Wollen wir das mal machen? Wollen wir das mal machen? So, dann machen wir mal einen ganz Geschickten Dann probieren wir das mal so aus, so live... Ficken Da haben sie mein scheiß Auto abgeschleppt Oder hatte ich einen Relog? Ne, abgeschleppt, ne? Das war eine Arschlöcher Ich hasse euch Terroranschlag So, das ist mein stummer Protest Ich protestiere, indem ich das Auto davor parke Und jetzt kommt keiner mehr rein Mwahaha Die hier, ja... Friiika Mwahaha Dein Auto wurde nicht abgeschleppt Ah, es wurde geklaut, hier so ein Zufall Ach, lutscht mir doch die Möse Es gibt doch keine Möglichkeit, das Scheißding um mich zu finden Das ist ja das Nervige Dies Haus gehört auch noch, sonst Und das? Weiß keiner Aber es gehört irgendwann Ja gut, dann muss ich gleich einen Zwangs-Cut machen Wir sehen uns gleich wieder Bis gleich Bis gleich